Musik 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 Klingt das nicht wie verliebte Musik 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 Klingt das Licht wie ein schöner Akkord Und der Text dazu lässt mir keine Ruhe Immer sing ich vor mich hin nur das eine Wort Scheraldin Scheraldin, wo ich geh, wo ich steh, wo ich bin Was mich retten könnt, wär ein Happy End Scheraldin Scheraldin Bitte, Niklas, mich Atem holen Wozu? Um dir zu sagen, wie glücklich ich bin Ach, das kannst du mir morgen auch sagen Morgen bin ich schon wieder in Schweden Morgen? Ja, da kann ich dich ja gar nicht mehr küssen Schrecklich Was ist denn? Es hat gewitzt Aber keine Spur Doch Aber das war mein Herz, Scheraldin, du liebst mich nicht Es regnet in fünf Minuten Und der Victor wird sich was Schönes denken Möchte wissen, womit der denken soll Und an der Klara, daran darf ich erst gar nicht denken Ja Aber so war's Blödes Du bist aber sehr ungeschickt, Victor Aber was, ich bin Musikverleger und kein Möbelpacker Was ist denn jetzt schon wieder? Scheraldin, sie ist doch mit diesem Burschen auf dem See Na und, dieser Bursch ist mein Kompagnon Eben Außerdem vertrete ich Fescheraldin Mutterstelle Mein Bruder Ja, ja, dein Bruder, der Herr Diplomat Lebt jedes halbe Jahr woanders Und allein Ja, ja, und das arme Kind lässt in der Weltgeschichte herumlaufen, damit er Aber was, du glaubst von jedem Mann, dass er ein wilder Casanova ist Nicht jeder, Victor, nicht jeder Na, endlich, das sag ich ja, Kinder Ja, nimmst du da rein Genau Du nimmst sofort mein heißes Bart und gehst ins Bett Ach, Tante Klara Du erkältest dich ja, mein Kind Tschüss Na, siehst du Nein, bitte, das war ich Geh, Frau, Ihre reizende Nichte ist wohlbehalten abgeliefert Wünsche allgemein eine recht gute Nacht Blödsinn, du kannst doch nicht in dem Zustand ins Dorf hinunter Du schläfst selbstverständlich bei uns Ja, also, ich finde auch in diesem Zustand Gut, gut, dann gestatten Sie, dass ich es mir hier ein bisschen bequem mache. Dann können wir gleich ein wenig plaudern. Ja. Du verschwind ins Bad. Oh, ich. Ja, naja, ja, dann, also gute Nacht allerseits. Ich werde nachsehen, ob wir genug Decken haben. Ich bringe dir meinen Borgelock, damit du dich nicht erkältest. Danke. Danke. Aber wenn uns jemand hört... Kein Mensch kann uns hören. Aber wenn... Es gibt kein Aber in der großen Liebe. Das weißt du genauso gut wie ich. Das ist die ganz große Liebe ist. Ja. Ist der süß. Schenke ich dir. Ja? Das ist mein erstes Spielzeug. Ich fahre drei, zwei, zwei Jahre von meiner seligen Mama. Und den trägst du immer bei dir? Bis jetzt. Jetzt wird er dich begleiten. Wenn du morgen nach Schweden fährst und ganz weit von mir weg bist, dann wird er dich an mich erinnern. Ja, ja, ja. Hallo? Für wen ist denn das Gespräch? Für mich. Was? Monte Carlo? Warum sagen Sie das nicht gleich? Das ist Duval, der französische Verleger in Monte Carlo. Monte Carlo, das auch noch. Monsieur Duval, komm und Talibou mitten in der Nacht? Was? Morgen Vormittag? Niki, wach auf, wir müssen morgen Vormittag in Monte Carlo sein. Ausgerechnet jetzt. Musst du weg? Ja. Aber ich schreib dir. Bitte. Du kommst ja wieder. In einem halben Jahr. Ja, ich verstehe. Dann fallen wir steuermäßig noch dieses Jahr. Monsieur Duval, wir werden zur Stelle sein. Alle beide. Jawohl, auch mein Kompagnon. Ich verstehe, wegen der Unterschriften. Persönlich. Jawohl, jawohl. Verlässlich. Warum machst du denn kein Licht? Zum Telefonieren sehe ich genug. Ja. Au revoir, Monsieur Duval. Niki, du, du schläfst wie ein totes Pferd. Niki. Er ist verschwunden. Verschwunden? Ich weiß auch, wohin. Niki ist mein Kompagnon, die wir jeden Zweifel haben. Bitte denkt daran. Ja, ich denke die ganze Zeit daran. Ja. Das ist aber nett, die Frau, dass Sie an mich denken. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit viel geträumt. Wenn ich dir nicht tagtäglich schreibe, fühle ich mich krank. Kleiner Wubusack, hab ich sie denn alle noch im Schrank. Seit vielen Wochen schreibe ich den gleichen Liebesbrief an dich. Drin steht, mein sehr geehrter Herr, ich liebe sie so sehr und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Sag wann. Wird die Wartezeit zu Ende gehen, weil ich mich nach deinen Küssen seh'n. Die in allen deinen Briefen stehen, seit vielen Wochen schreibe ich den gleichen Liebesbrief an dich. Drin steht, mein sehr geehrter Herr, ich liebe sie so sehr und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Ja. Maul ist mein Mann schon weg. Bitte, Herr Direktor, bitte zum Flughafenfräulein Geraldine abholen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und was ist das? Äh, die Flugscheine. Ich wollte sagen, der Flugschein für Herrn Direktor Weigand, bitte. Monte Carlo. So, so. Der Flugschein für unseren lieben Niki. Hier. Hoffentlich verfehlt das sie nicht. Wer bitte? Wen bitte? Mein Mann. Meine Nichte. Wieso bitte? Er kennt doch das gnädige Fräulein. Im Alter von Geraldine kann man sich im Laufe eines halben Jahres sehr verändern. Also, ich habe mich nicht verändert. Leider. Ich bin der Lied. Das war's. Ich bin der Lied. Ich bin der Lied. Ich bin der Lied. Gerardin, das ist jetzt das zweite Mal. Liebe, das erlauben Sie sich, das ist meine Tochter. Ich dachte, das wäre Ihre Schwester. Hallo, mein Bauer, bitte fragen Sie, meine Frau... Aha, ja, Klara, Klara, Liebling, hast du mich nicht zufällig zum falschen Flughafen geschickt? Äh, nein, hier ist weit und breit nichts zu sehen, was an ein weibliches Wesen erinnert. Nein, das Kind ist mit dieser Maschine nicht angekommen. Ja, in diesem Falle komme ich nicht nach Hause zum Essen. Nicht zum Essen? Ja, warum nicht? Oh, ich bin zum Vorsehen herbestellt. Von wem sind Sie herbestellt? Vom Niki, ich meine von Herrn Weigand. Aha. Viktor, warum kannst du nicht zum Essen kommen? Was ist denn da schon wieder über den Weg gelaufen? Liebling, also das ist eine fixe Idee von dir, dass jeder Mann unbedingt... Äh, hallo? Klara, Fräulein, Sie unterbrechen Sie mich doch nicht dauernd. Hallo? Ja, ich spreche. Hallo, Liebling, du bist auf einmal so weit. Hallo? 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 Gestatten Sie meine Fräulein, Sie haben einen so unendlich musikalischen Gang. Ich bin nämlich in der Branche. Ich meine, in der Musikbranche und ich verstehe etwas davon. Und ich bin fest überzeugt, dass Sie auch eine bezauberte Stimme haben. Ich bin gern bereit, Sie eventuell auf einer Langspielplatte herauszubringen. Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben schon einmal etwas gehört vom Musikverlag Viktoria. Und Viktor! Scheraldin! Na, das ist mir jetzt aber sehr peinlich. Guten Tag, Herr Weigand. Sie werden schon erwartet, Herr Weigand. Hallo, Niki! Guten Tag, Sie kommen im Moment etwas ungelegen. Warum darfst du denn Sie zu mir? Ja, Pfannenbauer, könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Selbstverständlich, Herr Weigand. Lass es womöglich etwas laufen, bitte, ja? Nilo, das war keine sehr gute Idee, ausgerechnet hierher zu kommen. Oh, ich finde, es war eine sehr gute Idee von mir. Seit drei Wochen suche ich dich und endlich, habe ich dich erwischt. Ja, erwischt. Was sind das für Ausdrücke? Du, wenn ich hier draufkomme, dass du mich betrügst, dann kriegst du noch ganz andere Ausdrücke zu hören. Aber die Luquine ist doch vernünftig, das Leben geht doch weiter. Ja. Besonders deins. Warum hast du mir so einen Bären aufgebunden? Was für einen Bären denn? Den du mir geschenkt hast. Talisman deiner Mutti. Schatze, du glaubst etwas ganz Falsches von mir. Niki, sie ist da! Wer? Oh, pardon, ich wusste nicht, dass du jemand zum Vorsingen hast. Niki, sie ist da! Niki, sie ist da! Niki, sie ist da! Hast du schon welche? Männer oder Schwierigkeiten? Wer das eine hat, hat unweigerlich auf das andere, mein Kind. Tante Clara, ich glaube, es gibt auch Ausnahmen. Ausnahmen? Ich kenn keine. Nimm zum Beispiel den Kompagnon von deinem Onkel Viktor. Was ist mit ihm? Schatzi, ich ruf dich sofort an, wenn ich wieder zurück bin aus Monte Carlo. Warum nimmst du mich nicht mit? Schau, das geht doch nicht jedes Mal. Jedes Mal, wenn er nach Monte Carlo fährt, nimmt ein anderes Frauenzimmer mit. Nein. Und was macht er mit ihnen? Ich meine, was macht er denn immer so in Monte Carlo? Ach, es handelt sich um eine Steuerangelegenheit. Deshalb muss alle vier Wochen einer von den beiden dort sein. Und warum fährt da nicht Onkel Viktor? Das könnte ihm so passen. Tante Clara, vielleicht tust du Niki unten recht. Vielleicht fährt er doch allein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du alleine fährst. Aber ich schwöre es dir. Beim, beim Leben dieses Teddybären. Du willst mich ja nur loswerden. Loswerden, Dilo Kind. Da, da, da irrst du dich bestimmt. Ich irre mich bestimmt nicht. Woher weißt du das so genau? Erstens hab ich Augen und zweitens hab ich Ohren. Wieso Ohren? Ich hab ein System entdeckt, wie man hier mithören kann, wenn im Büro telefoniert wird. Musikverlag Victoria. Bitte, Herrn Weigand. Ja, wen darf ich melden? Ich möchte keinen Namen nennen. Bedauere, dass... Sagen Sie, wann da ist. Mit der fliegt er morgen nach Monte Carlo. Elisabeth. Sissi, Bessi. Niki. Kann es kaum erwarten morgen. Niki, ich habe mit mir gekämpft. Sohn wer hat gewonnen? Niki, ich bin eine anständige Frau. Ja, was soll das heißen? Dass ich eine anständige Frau bleiben werde. Ist doch unerhört. Was, dass sie anständig bleibt? Ja, das können Sie mir nicht antun. Ich hab doch bereits die Flugkarte für Sie. Ich hab das Zimmer reserviert. Siehst du... Nein, Sie haben es so versprochen. Niki, ich war voreilig. Ja, zweifeln Sie daran, dass ich Sie liebe, Elisabeth? Nein, aber es ist... Aber. Aber es gibt kein Aber in der großen Liebe. Mein Mann ist heute zurückgekommen. Ach so, das ist was anderes. Mit wem telefonierst du denn so lange, Liebster? Mit der Schneiderin, Liebster. Siehst du? So sind sie alle. Auch mein Viktor. Obwohl er nicht danach aussieht. Wir essen in einer Viertelstunde. Seit vielen Wochen dachte ich, ich liebe dich und du liebst mich. Doch nun, mein sehr geehrter Herr, bedrückt es mich so sehr. Du liebst mich nicht ein kleines bisschen mehr. Die Briefe, die du schriebst an mich, Die sagen zwar, ich liebe dich. Doch nun, mein sehr geehrter Herr, Fällt's mir auch noch so schwer. Nun glaub ich keines deiner Worte mehr. Bist du allein? Tja, seit Jahren war ich nicht so allein wie jetzt. Nanu, ist etwas schiefgegangen? Ich hab diese flüchtigen Abenteuer satt. Du musst heiraten. Glaubst du, dass ich dann glücklicher wär? Das nicht, aber da machen ja die flüchtigen Abenteuer wieder Spaß. Was wolltest du vorhin von mir? Ich wollte dir sagen, Geraldine ist da. Niki, die sieht aus. So, wie sieht sie denn aus? Also, wenn ich nicht ihr Onkel wäre. Und um einige Jahre jünger? Ja, so zwei Jahre. Nein, Bubu. So leicht machen wir es dem Herrn nicht. Na, Niki? Ist Ihnen etwas schiefgegangen? Klara, bitte, lass das. Niki gehen allmählich diese flüchtigen Reisen nach Monte Carlo. Sehr auf die Nerven. So. Ich glaube, ich werde mich doch wieder einmal opfern müssen. Das ist eine gute Idee. Nicht wahr, Clara? Du findest das auch. Ja, wir waren ja schon so lang nicht mehr dort. Ja, wieso wir? Clara Liebling, du weißt doch, wie sehr ich dort immer beschäftigt bin. Ich hätte ja kaum Zeit, mich um dich zu kümmern. Na, und dann das Salzwasser? Wieso das Salzwasser? Na, das schadet doch deinem Teint. Ach ja, 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 das Salzwasser. Na, dann muss eben Niki sich opfern. Fahren Sie eigentlich diesmal allein? Wieso diesmal? Ich fahre immer allein. Erinnern Sie sich eigentlich noch an meine Nichte? Ich habe eine undeutliche Erinnerung. Dann drehen Sie sich um. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt besser. Oh ja, ganz genau. Hallo, Niki. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Schreit. Reizend. Na? Was sagst du zu deinem Kompagnon? Tja, ich kann absolut verstehen. Wenn er mein Onkel wäre. Ich meine, wenn ich seine Nichte wäre. Na, Victor, ich glaube, bei dir war es nicht der Teint, dem das Salzwasser geschadet hat. Tja, äh. Mmh. Jaredin, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich diesen Tag herbeigesehnt habe. Oh ja, ich kann es mir vorstellen. Wieso? Ich habe es in deinen zauberhaften Briefen gelesen, zwischen den Zeilen. Kannst du dich noch erinnern an die Mondnacht am See? Wieso am See? Du meinst am Meer. Wieso am Meer? Oh nein, entschuldige, das warst ja gar nicht du. Entschuldige. Ach ja, die Nacht am See, unvergesslich. Meine erste Nacht mit Wubu. Wer ist Wubu? Aber Nicky, der kleine Bär, den dir deine liebe Mama geschenkt hat. Ach ja, richtig, ja. Mit drei Jahren. Mit zwei. Mit zwei, das ist ja egal. Hauptsache, du erinnerst dich. Tja, und besonders daran, dass du damals nach Monte Carlo musstest. Tja, das ist dumm. Ja, es war wirklich zu dumm. Nein, nein, ich meine, wir stehen vor der gleichen Situation. Ich muss morgen auch wieder nach Monte Carlo. Ach, Nicky. Also ich glaube, das ist Schicksal. Geraldine, ich habe soeben eine Entscheidung getroffen. Das ist unser großes Wiedersehen und das lass ich mir nicht kaputt machen. Du fliegst nicht nach Monte Carlo? Nein, im Gegenteil. Du fliegst mit mir. Ja, natürlich, das ist die Lösung. Du sagst ja gar nichts. Und wo willst du die zweite Flugkarte so schnell herbekommen? Ach, das lass mich nur machen. Und dein Zimmer? Es ist doch Hochsaison. Na, daran bin ich gewöhnt. Ich meine, wenn Onkel Viktor hinunterkommt, dann... Ja, den Gedanken bemühe ich nicht. Warum nicht? Weil ich auf keinem Fall mit dir nach Monte Carlo fliege. Ja, siehst du, jetzt bist du doch glücklich, dass du mitgekommen bist. Ich bin gar nicht glücklich. Warum? Ich habe Bauchweh. Bekommst du das Fliegen nicht? Nein, lächerlich. Ich meine, moralisches Bauchweh. Ach, was wegen Onkel Viktor. Nein, wegen Monte Clara. Im Gegensatz zu anderen bin ich nämlich ein Mensch, der nicht gerne lügt. Aber sonst lässt dich dein Vater doch auch hinfahren, wo du willst. Ja, aber die Armen bilden sich ein. Ich sitze in St. Wolfgang bei meiner schwedischen Freundin. Und in Wirklichkeit sitzt du hier bei mir. Ja. Nein, nein, nein. Scheibe, die, 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 die... Nein, 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 nein. Zuckerl, bitte schön. Elisabeth van Dyson? Ja. Das ist dir gar nicht meine Karte. Nein, nein, die wurde ja zurückgegeben. Daher habe ich auch den Platz für dich bekommen. Ich verstehe, wenn diese Dame geflogen wäre... Das wäre furchtbar. Meine Damen und Herren, wir bitten sich anzuschnallen und das Rauchen einzustellen. Die Maschine setzt zur Landung in Nizza an. Oh, fein, wir sind da. So, eigentlich müsste ich dieser Elisabeth von Dyson ja dankbar sein. Wieso? Natürlich. Ohne sie hätte ich nie das Glück gehabt, dich begleiten zu dürfen. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja, ... Musik 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 Michael Musik Musik Keine Bemerkungen. Allee. Komm. Du mit dir. Madame Mardaisen hat das Nebenzimmer. Die Pässe bitte. Später. Wie Monsieur wünscht. Später. Du bist ja noch gar nicht umgezogen. Ich genieße die Aussicht. Bist du nur deswegen hierher gekommen? Nein, ich möchte etwas kennenlernen. Und was? Das Casino natürlich. Ist das alles? Nein, es soll hier auch noch fantastische Schnecken geben. Wie kann man nur so unromantisch sein, Geraldine? Also gut, ich zieh mich um. Ich weiß, du schwärmst mir für Abende mit Mondschein. Nein. Es lieb von dir, dass du gerade jetzt an unseren Abend denkst. Geliebte Elisabeth, ich erwarte mit Sehnsucht den heutigen Abend. Aber, Geraldine, ich lass mir bestimmt eine große Überraschung einfallen für heute Abend. Ich mir auch, Niki Liebling. Ich mir auch, Niki Liebling. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Sunday Melody Sunday Melody Immer wieder wuschig mir Die Sunday Melody Mit dir Die Sunday Melody Die Sunday Melody Danke Also dann Prost Oder wie sagt man beim China Tee? Auf eine schöne Nacht Auf eine schöne Nacht Sunday Melody Sunday Melody Zauberhaft und wunderbar Sunday Melody Macht die Welt für mich Schöner als sie jemals war Schöner als sie jemals war Denn ich weiß genau dieses Sonnentag Wird für uns der Schönste auf Erden werden Sunday Melody Sunday Melody Sunday Melody Immer wieder wuschig mir Die Sunday Melody Die Sunday Melody Möchte ich nicht länger lästig fahren. Gute Nacht. Jetzt kommt jemand. Bresla? Hallo, hallo. Zimmer Nummer 14. Gute Nacht, Herr Weigern. Excuse Sie, können Sie mir eine Gefahr erweisen? Ja. Wollen Sie mir auf diese 100 Fränkli spucken? Ja, gerne. Aber warum? Ja, das gehört nämlich zu meinem Roulette-System. Das Anspucken von 100 Fahrscheinen. Ja, wissen Sie, der berühmte Aga Khan hat doch damit ein Vermögen gewonnen. Ja, bitte, wenn Sie glauben. Merci viel. Aber wieso wissen Sie das mit dem Aga Khan? Wer hat ihn denn gesehen? Ja, gesehen hat das niemand, aber ein Systemspieler, der ist überall jetzt informiert. Merci vielmals. Schlafen Sie wohl miteinander? Das ist leicht gesagt. Gubo, vielleicht tun wir ihm Unrecht. Vielleicht ist er gar nicht so, wie wir dachten. Nein, er ist kein Wüstling. Er ist ein Gentleman. Geraldine, Liebling. Oh, du bist doch kein Gentleman. Wieso? Wie kommst du überhaupt hier herein? Ja, mein Badezimmer grenzt an dein Badezimmer und da wollte ich dich fragen, ob du nicht ein bisschen Rasiercreme hast. Nein, ich habe Schlaf. Hast du kein bisschen Schlaf? Ja, im Gegenteil. Ich habe das Bedürfnis, mich anzunehmen. Geistig meine ich natürlich. Geraldine, Monte Carlo, die Nacht und ein weibliches Wesen wie du. Woher weißt du, dass ich ein weibliches Wesen bin? Weil ich dich im Spiegel sehe. Für dich ist ein weibliches Wesen wie das andere. Geraldine, wie kannst du so etwas behaupten? Lass mich los. Aber ich lieb dich doch. Ich bin überzeugt, wenn eine andere heute Nacht auf Zimmer 15 liegen würde. Du weißt genau, dass das nicht wahr ist. Ja. Sehst du, ich bin aufrichtig und ehrlich zu dir. Ich glaube dir. Aber schade. Was? Dass das Badewasser gleich ins Zimmer fließen wird. Schade, mach doch auf. Du hast mich vorhin nicht ausreden lassen. Ich glaube dir. Kein Wort. Ich bin auf. Na, gewonnen? Leider nicht. Ich hole mir nur neue 100 Freikrieg. Niki, Niki, was willst du? Dich überzeugen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Würden Sie so freundlich, Sie noch einmal zu spucken? Ja, mit Vergnügen. Merci. Ihnen auch viel Glück? Geh ich. Ganz braun. Niki, wenn du dich unterstehst. Dann werde ich dir verraten, dass ich mich unterstehe. Wenn du versuchst, da reinzukommen, spring nicht vom Balkon. Oh nein, mein Lieber. Da hast du dich umsonst angestrengt. Gut, gleich haben. Oh nein, mein Lieber. Let's go. Oh nein. Jetzt bin ich. Oh nein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, mein Schatz, da bin ich. Géraldine, Géraldine, bist du verrückt geworden? Oh, 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 pardon. Da ist sie auch nicht. Sie, Sie, unverschämter Mensch, ich werde mich bei der Direktion über Sie beschweren. Was ist denn da? Oh, mein Schatz. Guten Abend, Pierre. Wie geht's? Danke, Monsieur Patritski. Es könnte besser gehen. So, geht's besser? Wird auch nicht besser, Monsieur Patritski. Sagen Sie, ich habe Sie eine Dame gesehen. Was für eine Dame? Eine junge Dame. Wie gekleidet? Ja, wie im Nachthemd. Das ist in diesem Modell nicht üblich, Monsieur. Naja, das ist wahr. Na, Sie sind dieses Jahr ganz allein hier, Monsieur? Ja, Pupino. Ich habe die Damen satt. Na, 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 ein berühmter Playboy wie Sie, ein anerkannter Schürzenjäger. Eben. Vielleicht habe ich zu viel Schürzen gejagt und zu wenig die Seele. Einen doppelten. Einen doppelten was? Ja, ist egal. Hauptsache, es ist doppelt. Oh, Monsieur, das Glas gehört. Sagen Sie, eine Frage. Was würden Sie tun, wenn Sie eine junge Dame wären und ... Ja, auf den Weg gehen. Es ist nämlich eine Geschichte passiert Sie, das glauben Sie gar nicht. Dann erzählen Sie besser nicht. Ja, sag mal, wozu? Dringen wir auf die Dame und schwammen drüber. Woher wissen Sie, dass es sich um eine Dame handelt? Geschichten, die man nicht erzählen kann, handeln sich immer um Damen. Sie scheinen Philosoph zu sein. Pole wahrscheinlich, ne? Selbstverständlich. Das ist es kein Problem. Sie sind genauso zu viel Schmenn, aber sie sind ganz, wenn ich, Sie gucken gar nicht ausberries, aber ich kann, wie weiß nicht. 功 Sind dieser, dass ich nehme probieren, Trinken wir auf die Brüderschaft. Jan. Niki. Niki. Jan. So, und jetzt? Und jetzt trinken wir auf die Damen. Auf, gegen. Die Damen. Aber, meine Herren. Sehen Sie, es gibt immer Ärger mit den Damen. Immer wieder. Jawohl. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Damen. Denn ihre Seele ist ein dunkles Labyrinth. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Damen. Besonders, wenn die Damen keine Damen sind. Wir nennen zwar als Kavaliere keine Namen. Wir meinen nur, dass man auf euch verzichtet kann. Doch ist man eine los, dann fängt man bloß. Man fängt der Ärger mit den Damen wieder an. Bei der blonden Hilde war ich gleich im Bilde. Die wirft schon ein Hauch um, die ist was fürs Herz. Und nach ein paar Stunden hab ich auch gefunden, dass ein Hauch sie umwirft, aber nur ein Hauch von Nerf. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Bienen. Erst sind sie Honig süß, dann stechen sie Geschwink. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Bienen. Besonders, weil die Bienen eben Bienen sind und weil wir so eine Behandlung nicht verdienen. Stellen wir fest, dass man auf euch verzichten kann. Doch ist man eine los, dann fragt man bloß, wann fängt der Ärger mit den Bienen wieder an. Für die Rote Mabel hatte ich ein Fäbel, denn so treu wie die war, konnte keine sein. Sie hat mich ungelogen, einmal nur betrogen und zwar mit der Fußballmannschaft von Gesangsverein. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Püppchen. Bereits, wann man mit ihnen spielt als kleines Kind. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Püppchen. Besonders, weil die schönen Püppchen teuer sind. Drum wählen wir als Pioniere hier ein Trüppchen. Das endlich feststellt, dass man drauf verzichten kann. Doch ist man eine los, dann steckt man bloß, wann fängt der Ärger mit den Püppchen wieder an. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Süßen. Wer das nicht einsieht, der ist taub und farbenblind. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Süßen. Besonders dann, wenn diese Süßen sauer sind. Und darum ist die Überlegen zu begrüßen. Dass man auf alles Weibliche verzichten kann. Doch ist man eine los, dann rat man bloß. Wann fängt der Ärger mit den Süßen wieder an? Wann fängt der Ärger? Wann fängt der Ärger? Wann fängt der Ärger? Mit den Damen, mit den Bienen, mit den Süßen. Endlich wieder an! Wann fängt der Ärger? Wann fängt der Ärger? Danke. Ich habe so gehofft, dass du ein Gentleman bist. Ich habe dich doch lieb, so lieb habe ich dich und deshalb gleich nur bei Monte Carlo, blauer Himmel und die Schnecken waren gut. Liebst du auch Schnecken? Gib mir einen Gute-Nacht-Kuss, aber nur einen. Du bist doch ein Gentleman. 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 von Schroo, komm. Komm! Komm! Das begreife ich nicht. Herr Weigand hat auch ein Zimmer bestellt. Jawohl, Madame. Sein Zimmer. Und dann noch, noch ein anderes. Jawohl. Nummer 15 für Madame van Dyson. Das bin ich. Ach so. Pardon. Der Schlüssel ist oben. Danke. Das verstehe ich nicht. Der Schlüssel wurde doch schon einmal herausgegeben. Wo, wo, wir müssen weg, so schnell wie möglich. Der eine Gentleman ist nicht der richtige Gentleman und der richtige Gentleman ist doch kein Gentleman. Ja, bitte holen Sie sofort meinen Koffer. Du trägst mir da. Danke. Danke. Habe ich jetzt vergessen. Ja. Herein. Das Gepäck, Madame. Wo bitte? Wieso wo? Ihr Gepäck. Es ist unten. Sie sollen's bringen. Bringen? Ich dachte holen. Machen Sie's schon. Das Gepäck. Monsieur? Ein Frühstück, bitte. Mit? Wieso mit? Ich bin doch allein. Ich könnte vielleicht trotzdem zwei Tassen bringen. Warum zwei? Ich habe nur einen Mund. Vielleicht trinkt die Dame, zu der diese Pantoffel gehört, aus der zweiten. Ah. Leider, der Pantoffel gehört einem Engel, der fortgeflogen ist. Wo, Permette? Nein, nein, die behalte ich als Andenken. Statt einem Flügel. Der Engel wird ihn aber vermissen. Ich werde ihn zurückbringen. Zurückbringen? Sie wissen, wo der Engel wohnt? Nebenan, Monsieur. Mhm. Dann bitte zweimal für ein Stück. Mein Engel, bist du da? Na, endlich. Da sind Sie. Ich wollte nur noch fragen, was Sie zum Frühstück wollen. Kaffee, Tee oder... Oh, warum? Hilfe! Gerne, aber wie kann ich helfen? Schauen Sie mich nicht an! Äh, nein, 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 ich habe nichts gesehen. Aber ich bin auch sehr... Gehen Sie doch endlich! Äh, noch eine Frage. Sie... Sie wohnen hier oder Sie baden hier? Das ist mein Zimmer und ich bitte Sie dringend, es zu verlassen! Mal bitte! Ich werde mich ins Feld zurückziehen! Seine Majestät beschwert sich, weil die Staatsfahne verhöhnt wurde. Wir werden die Sache selbstverständlich weiterleiten. Sagen Sie, ist die junge Dame zufällig schon aufbetaucht? Nummer 15? Auf dem Zimmer bereits. Seine Majestät sagt, dass die Dame den usambarischen Staatsleben direkt auf dem Dings da trug. Wo bitte? Auf dem Rücken. Aber ganz unten. Wir werden den Rücken selbstverständlich weiterleiten. Pierre, was ist für Glück, dass Sie eine Gemeinheit begeben? Ausgeschlossen, Monsieur. Warum handelt er sich? Lassen Sie mich einen Blick in Ihrem Gästebuch werfen. Das ist keine Gemeinheit, Monsieur. Das ist eine Indiskretion. Bitte. Seine Majestät besteht darauf, die Dame persönlich zur Rechenschaft zu ziehen. Wir werden das Ansuchen weiterleiten. Kann ich aber auch klar? Danke. Ja, grüß Sie. Ich weiß schon, aber ich habe jetzt leider keine Zeit zum Spucken. Ja, das ist auch nicht notwendig. Ich gehe nicht mehr ins Casino. Ich gehe zum Bahnhof. Ja, spielen Sie jetzt dort. Nein, ich reise ab. Na, wieso? Sie wollten noch länger bleiben. Das ist leider nicht möglich. Heute Nacht habe ich alle Frenkli verspielt. Ja, vielleicht wechseln Sie mal das System. Nein, nein, das System ist gut. Ich will Ihnen auch nicht nahe treten, aber so schlecht wie Sie hat noch keiner gespuckt. Grüezi mit Namen. Wer ist da? Ich bin's, Niki. Komm mal rauf. Na, endlich. Du ahnst ja gar nicht, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Mein Arme. Aber jetzt bin ich ja da. Mein Mann musste plötzlich nach New York. Ach. Aber Niki, ich glaube, Sie freuen sich gar nicht. Doch, doch, ich freue mich wahnsinnig. Das ist wieder der Verrückte. Was denn? Niki, beschützen Sie mich. Madame, Sie haben die Fahne von Usambara hinterher. Noch ein Wahnsinn, ihr. Was hat Sie? Grüezi mit Nand. Madame, Sie haben die Fahne von Usambara aus Kleidungsstück benutzt. Mit dem Staatslöwen auf dem unteren Rücken. Ich habe nie einen Löwen hier unten. Also das ist... Wollen Sie vielleicht behaupten, dass seine Majestät lügt? Excusi, aber das mit dem Löwen da hier, das ist eine andere Dame gsi. Eine andere Dame? Ja, natürlich, die heute Morgen hier hereingekommen ist. Die hier hereingegangen ist? Mit einer Fahne? Von wo? Das kann ich leider nicht sagen. Natürlich, Sie haben das doch eben behauptet. Aber hier, die ist hereingekommen? Niki. Aber von wo sag ich? Ja, von hier. Von hier. Von hier. Morgen. Morgen. Warum so finster, mein Freund? Du wirst mir nicht glauben, was mir passiert ist. Und mir erst. Mir ist ein Engel zugeflogen, direkt ins Zimmer. Ja, und mir einer davon geflogen, direkt zum Frühstück. Die Geschichten, die nicht zum Glauben sind. Ja, die erzählt mir nicht. Ich begreife überhaupt nichts mehr. Irgendetwas stimmt doch dann nicht. Niki, ich bin eine anständige Frau. Trotzdem fliege ich. Fliegen. Fliegen. Das ist die große Artikelte. Dann fliegen Sie fort zurück. Aber Niki, wir... Sehr liebenswürdig, aber das Früchtstück bin leider verschoben. Oh, warum? Ich kann nie mehr frühstücken, solange ich die Besitzerein von den kleinen Bären nicht gefunden habe. Und von diesem kleinen Pantoffel. Sag einmal Gerardin. Wo ist denn dein zweiter Pantoffel? Schläfst du noch? Ja. Bist beinahe so witzig wie dein Onkel. Was ist denn los mit dir? Ich denke nach. Aha. Du hast bereits ernstliche Schwierigkeiten. Wieso sollte ich? Dein Liebeskind. Ohne zwingende Gründe denkt ein junges Mädchen in deinem Alter nicht nach. Tante Clara. Warum heiratet man? Da musst du jemanden fragen, der nicht verheiratet ist. Warum? Na, wenn nur Unverheiratete heiraten wollen. Was ist in St. Wolfgang passiert? In St. Wolfgang gar nichts. Das gibt's nicht. Du bist überraschend früh zurückgekommen, du hast deinen Pantoffel vergessen, du denkst nach, warum man heiratet. Wen hast du in St. Wolfgang getroffen? Ich gebe dir mein Ehrenwort, ich habe niemanden in St. Wolfgang getroffen. So. Aber du bist verliebt. Nein. Das heißt also ja. Und zwar unglücklich. Tante Clara, wie kommst du auf die Idee? Ich bin... Ich... Das wäre also einwandfrei geklärt. Und warum weinst du jetzt? Ich weine nicht. Verzeih. Dann habe ich mich geirrt. Also wenn du aufgehört hast, nicht zu weinen, dann stehe ich dir mit Rat und Tat zur Verfügung. Solltest du aber wegen des verlorenen Pantoffels weinen, ich habe ein paar, das ich dir schenken kann. Vor vielen Wochen dachte ich, ich wäre sehr verliebt in dich. Jedoch, mein sehr geehrter Herr, da irrte ich mich sehr und jeden Tag ein kleines bisschen mehr und fängt die Sehnsucht wieder an. Denk ich daran, was du getan und dann, mein sehr geehrter Herr, verachte ich sie sehr und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Ja. Der Herr sagt, ich soll der gnädigen Frau den Hausschuhl zeigen, dann weiß sie alles. Ich weiß gar nichts. Vielleicht hängt es mit der Reise von der gnädigen Frau zusammen. Mathilde, ich war nie verreist. Ach so, ja natürlich. Sagen Sie dem Herrn. Nicht nötig, der Herr hört jedes Wort. Oh, Sie sind's. Ach, der Verrückte. Mathilde, rufen Sie die Polizei. Meine Damen, lassen Sie mich erklären. Woher wissen Sie meine Adresse? Vom Hotelportier, ein ganz gemeiner Mensch. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie spionieren mir nach, im Auftrage meines Mannes. Aber Sie wissen nicht, wie Sie sich irren. Sie irren sich, mein Herr. Es ist ein reiner Zufall, dass ich neben Herrn Weigand gewohnt habe. Ich kenne diesen Herrn überhaupt nicht. Merkwürdig. Warum hat er denn Ihr Zimmer bestellt? Das Zimmer, Herr Weigand? Sicher für jemand anderen? Das wäre ja möglich. Für eine Dame mit so einem kleinen Fuß zum Beispiel. Gestatten Sie? Das wäre allerdings unerhört. Dann müssen Sie schon Herrn Weigand selbe fragen. Das werde ich. Unverzügig. Micky! Schon zurück? Nein. Ich bin noch in Monte Carlo. Beinahe so witzig wie meine Frau. Hallo, 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 hallo. Wie sind Sie zu diesem Pantoffel gekommen? Weil nämlich bin ich zu ihm, er ist zu mir gekommen. Sie waren in St. Wolfgang? Äh, ja. Aha. Vor vier Jahren, bei der Segelregatta. Aber was hat die Segelregatta von St. Wolfgang mit dieser Pantoflas Monte Carlo zu tun? Monte Carlo? Ja, die Hauptstadt von Monaco. Monte Carlo? Weil dann wäre es möglich, einige Worte mit Herrn Weigand zu wechseln. Was Sie kennen, Nicky? Er ist mein bester Freund, wir stehen auf du. Na, jetzt wird mir alles klar. Na, warte! Bitte. Ich warte. Was war in Carlo? Eine Katastrophe. Nicky, sie war mit Geraldine in Monte Carlo. Lächerlich. Keine Ausflüchte, ich habe einen Zeugen. Na klar, weißt du wie viele falsche Zeugen es gibt? Geraldine war in St. Wolfgang. Und wieso kommt ihr Pantoffel nach Monte Carlo? Das musst du den Pantoffel fragen. Hör auf mit diesen dummen Witzen. Nicky, wie erklären Sie das? Also gut, wir waren... So. Sie waren. Victor, was sagst du dazu? Nichts, ich bin sprachlos. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Mich so anzulügen. War in St. Wolfgang. Pardon, aber nur Geraldine hat behauptet, dass sie nach St. Wolfgang fährt. Was? Wollen Sie vielleicht sagen, dass Geraldine Sie verführt hat? Verführt? Dass ich nicht lache. Sie haben noch die Frechheit zu lachen? Clara, Liebling, das war sarkastisch gemeint. Du nenn mich nicht Liebling. Ich weiß genau, was du in Monte Carlo machen würdest. Wenn ich dich wegfahren ließe. Nicky. Sie werden die Konsequenzen aus dieser Angelegenheit ziehen. Sie werden Geraldine heiraten. Heiraten. Oh nein, im Gegenteil. Was ist das Gegenteil? Nicht einmal grüßen werd ich sie. Victor, so sag doch was. Also ich finde das. Das ist die höchste Ironie. Und das nachdem sie sich... Ich was mit wem ich mich, ich was nicht mit dem sie sich... Wo hat sie die Nacht in Monte Carlo verbracht? Eine gute Zeile. Wo hat sie die Nacht in Monte Carlo verbracht? Ah! Ah, das heißt gar nichts. Das heißt nein, es war nichts. Ist leider alles mehr als klar. Oh! Oh, ist zu wenig. Pardon, ich versteh nicht. Ich kann sogar sagen, wer es war. Nicky, ich bin entsetzt. Du hast ihn aufgehetzt. Ich will eine Antwort jetzt. Wo hast du die Nacht in Monte Carlo verbracht? Und vor allem mit wem hast du die Nacht in Monte Carlo verbracht? Oh! Wie sehr? Irgendwie ein? Wenn sie behaupten, dass das was sie glauben... Ich glaube nicht nur, ich weiß bestimmt. Regt euch nicht auf. Eine Antwort darauf muss ich geben, auch wenn er es übel nimmt. Diese Klausur. Davon stimmt keine Spur. Also dann stelle ich die Frage nur. Wo hat sie die Nacht in Monte Carlo verbracht? Und bitte mit wem hat sie die? Nichts hat sie! Mit wem hat sie die? Nichts hat sie! Mit wem hat sie die Nacht in Monte Carlo verbracht? Ich mag ja lächeln. Genauso haben Sie in meinem Bett gelächelt. Oh, erinnern Sie mich nicht an diese Situation. Warum? Es war das schönste Gute-Nacht-Kuss, den ich hier bekommen habe. Ich habe geschlafen, wirklich. Ja, leider. Und von einem anderen geträumt. Wer weiß, ob Sie nicht auch nur geträumt haben. Hm. Ausgeschlossen. Ich habe eine Zeugin. Er war dabei. Wubu! Ach Wubu, es ist alles so kompliziert. Im Gegenteil. Es ist leider alles sehr einfach. Der junge Mann liebt Sie. Nein. Nein. Aber Sie lieben den jungen Mann. Nein. Dann ist alles noch viel einfacher. Dann fahren Sie mit mir. Nach Monte Carlo. Nach Monte Carlo mit Ihnen? Aha. Das geht nicht. Warum? Weil ich... Weil Sie doch den jungen Mann lieben. Mhm. Das habe ich mir schon lange gedacht. Ich schlage also ein Gentleman's Agreement vor. Ich werde Sie und ihn zusammenbringen. Ja, aber er glaubt doch gerade, dass Sie und ich... Ich bin der einzige Mensch, der Ihnen beweisen kann, dass das, was er glaubt, nicht wahr ist. Ich werde alles versuchen, Euch zusammenzubringen. Frau Jan, Sie sind wunderbar. Wenn es klappt, brauchen Sie nicht mal Danke zu sagen. Und wenn es nicht klappt? Dann fahren Sie mit mir. Nach Monte Carlo, Haiti, Hawaii, wohin Sie wollen. Nur auf Probe. Gut. Einverstanden. Wenn es nicht klappt, fahren wir. Auf Probe. Elisabeth, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich bin in einer Situation, wo man Trost brauchen kann. Nur für 10 Minuten. Nur um Sie zu warnen. Mein Mann lässt uns beobachten. Aber das ist doch im Moment egal. Von einem Privatdetektiv mit polnischem Maxent. Elisabeth, du bist meine einzige Rettung. Was war eigentlich in Monte Carlo? Was für ein Monte Carlo? Ich weiß gar nicht, dass es so einen Ort gibt. Niki? Hm? Ich bin eine anständige Frau. Ja, ich weiß, daran habe ich mich schon gewöhnt. Ach, Niki. Ich hätte doch nicht kommen sollen. Ach, jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du ja schon da. Der Detektiv. Blödsinn. Oder mein Mann. Ach, du weißt doch gar nicht die Adresse. Ach, geh da hinein, ich sehe nach. Das ist ja das Schlafzimmer. Ja, tut mir leid. Mein Musiksalon wird im Moment renoviert. Pssst! 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 Du bist so ziemlich das Letzte, was ich auf dieser Welt tun würde. Pssst! Pssst! Pff! Pssst! 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 Psi! Pssst! 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 Wie wäre es jetzt mit deinem guten französischen Cognac? Den kann ich jetzt auch gebrauchen, eine gute Idee. So findest du. Ja, wir müssen das freudiges Ereignis begießen. Könnte mir kein freudiges Ereignis vorstellen. Aber ich, bitte, ich möchte Beichte ablegen. Ich bin zwar kein Beichtvater, aber bitte. Danke. Ich erkläre hiermit, von Mann zu Mann, dass zwischen mir und Ihrem geschätzten Fräulein Nichte leider nicht das Geringste passiert ist. Guten Abend, Onkel Viktor. Guten Abend, Niki. Du freust dich ja gar nicht. Warum freuen? Du wirst doch immerhin auch zugehen, dass du im Zimmer von Herrn Patwitzki ... Soll ich, Onkel Viktor, erzählen, warum ich in das Zimmer von Herrn Patwitzki geflüchtet bin? Nein. Na ja, also. Dann freu dich doch, dass wenigstens Herr Patwitzki ein Gentleman ist. Ja, also, so einfach ist das aber nicht. Glaub mir, Niki, es ist so einfach. Die reine Wahrheit ist immer schwer zu glauben. Also, Niki, das leuchtet sogar mir ein. Ich weiß doch, wie selten meine Frau mir glaubt. Lieber Viktor, das ist meine Sache. Ich bitte dich, misch dich nicht in meine Angelegenheiten hinein. Ist das nicht herrlich? Meine Nichte ist seine Angelegenheit. Erstens hast du vorhin genau das Gegenteil behauptet, und zweitens ist Geraldine groß genug, um selbst zu bestimmen, wessen Angelegenheit sie ist. Ich habe das düstere Gefühl, dass du glaubst, dass ich vielleicht kein Gentleman bin. In dem Fall sehe ich mich leider gezwungen... Er sieht sich gezwungen, ausgerechnet er! Das ist der Gipfel. Ja. So ein französischer Cognac ist wirklich der Gipfel der europäischen Kultur. Ein Schluck genügt, und die komplizierteste Sache wird ganz einfach. Also, so einfach ist das wieder nicht. Meine Angelegenheit mit Jan ist weit komplizierter, als ihr alle glaubt. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass Jan ein reizender Mensch ist. Danke. Er hat nur einen Fehler. Er sagt nicht immer die Wahrheit. Wie soll ich das verstehen? Das kannst du verstehen, wie du willst. Es war süß von dir, Jan, meine Ehre wiederherzustellen, aber unnötig. Gib zu, dass wir zwei in Monte Carlo verabredet waren. Dein Wunsch ist mir ein Befehl, ich gebe zu. Was verabredet? Warum die Aufregung? Du warst doch auch verabredet. In Monte Carlo. Und heute. Langweilen Sie sich nicht schon da drinnen? Dann, ich freue mich, dass uns das Schicksal wieder zusammenführt. Hallo, Niki. Oh, du hast Besuch? Nicht mehr lange, wir gehen. Komm, Jan. Ja, weich. Guten Abend. Guten Abend. Was willst du hier? Oh, du hast doch gesagt, wenn du zurück bist. Raus. Raus. Auf Viktor. Raus. Ja, ja, bitte. Was hat er denn? Genug. Genug. Mehr als genug. Anscheinend weiß der junge Mann nicht ihre bezaubernden Reize zu würdigen. Ja, diese jungen Männer von heute. Warum halten Sie sich nicht an reifere, seriöse Persönlichkeiten? Sie haben übrigens eine sehr interessante Stimme. Ich würde mit Ihnen gerne einmal über eine langen Spielplatte betrautern. Niki. Was denn noch? Mein... Mein... Mein Kleid, bitte. Oh, nein. Oh, nein. Guten Morgen, Bauerchen. Guten Morgen, Herr Direktor. Wo sind die Flugkarten? Hier, Herr Direktor. Aha. Für Sie und für Fräuländer... Pssst. Tag, Richter. Tag, Niki. Niki, ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. So. Ja. Ich fliege nach Monte Carlo. Ach. Ja, nachdem du nichts ausgerichtet hast, ich nehme an, dass es dir recht ist, wenn ich mich um die Sache kümmere. Natürlich. Und was sagt deine Frau dazu? Nichts. Sie weiß ja noch nichts davon. Na, eben drum. Ja. Ich glaube, sie ist verrückt geworden. Seit Geraldine fort ist. Geraldine ist fort? Ja, ja. Mit diesem Herr Stanitzki abgereist. Patwitzki mit P. Ja, so. Seit sie mit diesem P. abgereist ist. Also, das hat deine Frau erlaubt. Nicht erlaubt. Sie hat sie förmlich dazu gezwungen. Das ist unmoralisch. Das... Na, ich sag dir doch, sie ist verrückt geworden. Hallo? Ja, Mellitz. Ja? Ich bin's. Frau Bauer, bitte holen Sie mir ein Glas Wasser und lassen Sie es lang... Ab drinnen, ich weiß. Nein, Sie fliegen mit einer späteren Maschine. Oh je. Und ich hatte mich schon so gefreut, Sie beim Fliegen näher kennenzulernen. Oh, das können wir doch abends nachholen. Sie warten ganz einfach auf mich in Ihrem Zimmer. Fein. Und Sie glauben wirklich, eine Platte mit mir herausbringen zu können? Ja, das besprechen wir dann in Monte Carlo. Sie sind ein Schatz. Ich könnte Sie küssen. Auf dieses Angebot werden wir noch zurückkommen. Also, Ihre Flugkarte ist in meinem Büro bei Fräulein Bauer. Bis dahin? Ja? Victor, wie lange wirst du bleiben? Wo? In Monte Carlo. Ja, was? Wieso? Victor, du musst jetzt nach Monte Carlo fahren. Nachdem Niki alles so schmählich im Stich gelassen hat. Hm, das kommt mir aber jetzt gerade sehr ungelegen. Du musst dich eben opfern, mein Schatz. Ja, wenn du meinst, Schätzchen, dann opfere ich mich. Ich meine es, mein Schätzchen. Also bitte, dein Wunsch ist mir Befehl. Äh, und du? Ich komm schon ohne dich zurecht, Liebste. Ja. Ich bin ja auch bald wieder zurück, Liebste. Ja, mein Schatz. Oh, Niki! Also, ich begreife nicht. Was denn? Sie haben Geraldine einen gewissenlosen Verführer ausgeliefert. Herr Potwitzki? Ein reizender Mädchen. Ohne Sie zurückzuhalten. Zurückzuhalten? Ja, wenn sie mit einem jungen Mädchen einfach wegfand, das weiß ich. Ja, aber Geraldine kennt diesen Menschen ja überhaupt nicht. Der, der ist ja nicht einmal imstande... Brief wegzuschreiben? Nein, Niki, da muss man schon ihr Talent haben. Ich schreibe eben gerne. Ja, ja, das, das sehe ich. Also, ich begreife nicht, wie Sie da machen können, während Geraldine mit diesen... Ja, Niki, Niki, ich hab mich damit abgefunden, dass Geraldine ein unmoralisches Mädchen ist. Oh, nein, Geraldine ist kein unmoralisches Mädchen. Ah, nein? Nein, Geraldine ist ein Mädchen, das man... Das, das was? Das man heiraten muss. Wer, Mann? Ich. Sie? Warum denn ausgerechnet Sie? Ja, weil ich Sie liebe! Niki, das ist Ihnen aber sehr spät eingefallen. Wo ist sie? Irgendwo. Auf dem Weg nach Hawaii. Hawaii. Also, dorthin fährt sie bestimmt nicht. Wo ist sie jetzt? Vielleicht holt Herr Patwitzki sich erst noch seine Zahnbürste in Monte Carlo. Danke. Geraldine, Sie wissen, dass jetzt die andere Seite von unserem Vertrag kommen sollte. Die Probe. Ja. Aber wenn du nicht willst, musst du nicht probieren. Oh ja doch, ich will. Wahrscheinlich, weil du damit rechnest, dass ich ein Gentleman bin. Du bist doch einer. Nicht im Augenblick. Na, das hat seine Grenzen. Entschuldige. Ja? Jetzt? Na, es ist nicht sehr günstig. Ja, ich bin nämlich beschäftigt. Die ganze Nacht, oh ja. Also gut, aber nur zehn Minuten, ja? In der Halle. Eine Freundin, höchst du not, ich muss runter. Aber nur für zehn Minuten? Ja. In zehn Minuten bin ich wieder da. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ja. Nein. Zehn Minuten hat er gesagt. Was ist ohne. Ja, ja. Ich schief. Denkmale. Ausatmen. Die Ich traur. Ach, klar. Ja, ja. Dasselbehen. Ich schief. Ja, ja. Sch glitter. EinsOR. Dr. Ich schief. Ja, ja. Musik Ah! Niki! Oh, Niki! Entschuldigen Sie die Störung, aber ich bin ein schlechter Keller. Jan, du Schuffer! Was hast du da auf dem Gewissen? Ich habe doch versprochen, euch zusammenzubringen. Bitte, man kann nicht mehr zusammen sein. Ja, Tante Klara hat auch mitgeholfen. Ja, die war wunderbar. Trinken wir auf die herrliche Tante Klara. Was denn nur auf Tante Klara? Nein, auch darauf, dass wir jetzt verlobt sind. Ja, vielen Dank und gute Nacht. Schön, aber wenn ich bitte darf, gute Nacht in deinem Zimmer, mein Engel. Wenn ich schon Ehen stifte, dann auf streng moralische Basis. Ja, gut, aber wir sind jetzt verlobt und... Ausgeschlossen! Du schläfst hier, Geraldine drüben in ihrem Zimmer und dazwischen Ihr geschätzter Ehevermittler Jan Bedwitzki. GERALDINE GERALDIN 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 GUTE NACHT GUTE NACHT GUTE NACHT GERALDIN Nun ist alles klar Das ist wunderbar Aber leider nicht für mich Weil ich einsam bin Ah, 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 Geraldine Geraldine Träum von mir Und wie gut ich dir bin Heute träume ich Nein Beherrsche dich Geraldine Gute Nacht Gute Nacht Geraldine Gute Nacht 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 Ja, ja, der Übermut im Salzkammergut, im Salzkammergut, im Salzkammergut. Man kann so gut im Salzkammergut vergnügt und fröhlich sein. Darum bleibt man auch im Salzkammergut, im Salzkammergut, im Salzkammergut. Im Roulette-System. Das anspucken von 100 Fraunscheinen. Ja, wissen Sie, der berühmte Aga Khan hat doch damit ein Vermögen gewonnen. Ja, bitte, wenn Sie glauben. Merci viel. Aber wieso wissen Sie das mit dem Aga Khan? Wer hat ihn denn gesehen? Ja, gesehen hat das niemand, aber ein Systemspieler, der ist über alles informiert. Merci vielmals. Schlafen Sie wohl miteinander. Das ist leicht gesagt. Vubo, vielleicht tun wir ihm Unrecht. Vielleicht ist er gar nicht so, wie wir dachten. Na, er ist kein Wüstling. Du bist ein Gentleman. Geraldine, Liebling. Oh, du bist doch kein Gentleman. Wieso? Wie kommst du überhaupt hier herein? Ja, mein Badezimmer grenzt an dein Badezimmer und da wollte ich dich fragen, ob du nicht ein bisschen Rasiercreme hast. Nein, ich hab Schlaf. Hast du kein bisschen Schlaf? Ja, im Gegenteil. Ich hab das Bedürfnis, mich anzulehnen. Na, geistig meine ich natürlich. Geraldine, Monte Carlo, die Nacht und ein weibliches Wesen wie du. Und woher weißt du, dass ich ein weibliches Wesen bin? Weil ich dich im Spiegel sehe. Für dich ist ein weibliches Wesen wie das andere. Geraldine, wie kannst du so etwas behaupten? Lass mich los. Aber ich lieb dich doch. Ich bin überzeugt, wenn eine andere heute Nacht auf Zimmer 15 liegen würde. Du weißt genau, dass das nicht wahr ist. Ja. Sehst du, ich bin aufrichtig und ehrlich zu dir. Ich glaube dir, aber es schade ist, dass das Badewasser gleich ins Zimmer fließen wird. Geraldine, mach doch auf. Du hast mich vorhin nicht ausreden lassen. Ich glaube dir, kein Wort. Du hast mich vorhin nicht ausreden lassen. Weil ich mich nach deinen Küssen sehn, die in allen deinen Briefen stehen. Denn seit vielen Wochen schreibe ich den gleichen Liebesbrief an dich. Drin steht, mein sehr geehrter Herr, ich liebe sie so sehr. Und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Frauin Bauer, ist mein Mann schon weg. Herr Direktor, bitte zum Flughafen Frauin Geraldine abholen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und was ist das? Die Flugscheine. Ich wollte sagen, der Flugschein für Herrn Direktor Weigand, bitte. Monte Carlo. So, so, der Flugschein für unseren lieben Niki. Hier. Hoffentlich verfehlt er sie nicht. Wer bitte? Wen bitte? Mein Mann. Meine Nichte. Wieso bitte? Erkennt doch das gnädige Fräulein. Im Alter von Geraldine kann man sich im Laufe eines halben Jahres sehr verändern. Also ich habe mich nicht verändert. Leider. Ich habe mich nicht verändert. Gerardin, das ist jetzt das zweite Mal. Liebe, das erlauben Sie sich, das ist meine Tochter. Ich dachte, das wäre Ihre Schwester. Angekommen mit Austin Airlines wird zum Informationsschalter gebeten. Hallo, Herr Bauer, bitte fremd. Leider nicht, ich hole mir nur neue 100 Freikräfte. Niki, Niki, was willst du? Dich überzeugen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Würden Sie so freundlich, Sie noch einmal zu spucken? Ja, mit Vergnügen. Merci. Ihnen auch viel Glück? Geh, ich kann es brauchen. Niki, wenn du dich unterstehst! Dann werde ich dir verraten, dass ich mich unterstehe. Wenn du versuchst, da reinzukommen, springe ich vom Balkon. Oh nein, mein Lieber, da hast du dich umsonst eingestrengt. Oh nein, mein Lieber, da hast du dich umsonst eingestrengt. Na, mein Lieber, da hast du dich umsonst eingestellt? Oh, mein Schatz, glaube ich nicht. Geraldine? 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 Ja, bist du verrückt geworden? Oh, oh, warte, was? Weil Sie doch den jungen Mann lieben. Das habe ich mir schon lange gedacht. Ich schlage also ein Gentleman's Agreement vor. Ich werde Sie und ihn zusammenbringen. Ja, aber er glaubt doch gerade, dass Sie und ich... Ich bin der einzige Mensch, der Ihnen beweisen kann, dass das, was er glaubt, nicht wahr ist. Ich werde alles versuchen, euch zusammenzubringen. Frau Jan, Sie sind wunderbar. Wenn es klappt, brauchen Sie nicht mal Danke zu sagen. Und wenn es nicht klappt... Dann fahren Sie mit mir nach Monte Carlo, Haiti, Hawaii, wohin Sie wollen. Nur auf Probe. Gut, einverstanden. Wenn es nicht klappt, fahren wir. Auf Probe. Elisabeth, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich bin in einer Situation, wo man Trost brauchen kann. Nur für zehn Minuten. Nur um Sie zu warnen. Mein Mann lässt uns beobachten. Aber das ist doch im Moment egal. Von einem Privatdetektiv mit polnischem Maxent. Elisabeth, du bist meine einzige Rettung. Was war eigentlich in Monte Carlo? Was für ein Monte Carlo? Ich weiß gar nicht, dass es so einen Ort gibt. Niki? Hm? Ich bin eine anständige Frau. Ja, ich weiß, daran habe ich mich schon gewöhnt. Ach, Niki. Ich hätte doch nicht kommen sollen. Ach, jetzt ist das zu spät. Jetzt bist du ja schon da. Der Detektiv. Blödsinn. Oder mein Mann. Ach, du weißt doch gar nicht die Adresse. Ach, geh da hinein. Ich sehe nach. Das ist ja das Schlafzimmer. Ja, tut mir leid. Mein Musiksalon wird im Moment renoviert. Servus. Ist es eine Idee, mitten in der Nacht zu mir zu kommen? Die Idee ist nicht von mir. Clara schickt mich. Sie macht sich Sorgen. Um mich? Nein, um Geraldine. Sie ist doch immer nicht nach Hause gekommen. Das wundert mich nicht. Es scheint ihre Eigenart zu sein, nicht dort zu schlafen, wo sie eigentlich sollte. Na, also bitte. Ja, also schöne Grüße an deine werte Frau. Ihre reizende Nichte ist nicht hier und damit gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ich wollte noch irgendetwas sagen. Weißt du, was ich sagen wollte? Nein, aber wieso kommt sie überhaupt auf die Idee, dass Geraldine hier sein könnte? Sie hat die fixe Idee, dass du Geraldine liebst. Die fixe Ideen sind bekanntlich krank. Hey, jetzt fällt mir ein, was ich noch sagen wollte. Clara hat sich mit dem Gedanken befreundet, dass du unsere Nichte heiratest. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich auf dieser Welt tun würde. Darf ich einen schönen guten Abend wünschen? Jan, wo kommen Sie her? Sie durch die Tür. Was ist in St. Wolfgang passiert? In St. Wolfgang gar nichts. Das gibt's nicht. Du bist überraschend früh zurückgekommen, du hast deinen Pantoffel vergessen, du denkst nach, warum man heiratet. Wen hast du in St. Wolfgang getroffen? Ich gebe dir mein Ehrenwort, ich habe niemanden in St. Wolfgang getroffen. So. Aber du bist verliebt? Nein. Das heißt also, ja. Und zwar unglücklich. Tante Clara, wie kommst du auf die Idee? Ich bin... Ich... Ich... Das wäre also einwandfrei geklärt. Und warum weinst du jetzt? Ich weine nicht. Verzeih, dann habe ich mich geirrt. Also, wenn du aufgehört hast, nicht zu weinen, dann stehe ich dir mit Rat und Tat zur Verfügung. Solltest du aber wegen des verlorenen Pantoffels weinen, ich habe ein paar, das ich dir schenken kann. Vor vielen Wochen dachte ich, ich wäre sehr verliebt in dich. Jedoch, mein sehr geehrter Herr, da irrte ich mich sehr. Und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Und fängt die Sehnsucht wieder an. Denk ich daran, was du getan. Und dann, mein sehr geehrter Herr, verachte ich sie sehr. Und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Der Herr sagt, ich soll der gnädigen Frau den Hausschuh zeigen. Dann weiß sie alles. Ich weiß gar nichts. Vielleicht hängt es mit der Reise von der gnädigen Frau zusammen. Mathilde, ich war nie verreist. Ach so, ja natürlich. Sagen Sie dem Herrn. Nicht nötig, der Herr hört jedes Wort. Oh, Sie sind's. Ach, der Verrückte. Mathilde, rufen Sie die Polizei. Madame, lassen Sie mich erklären. Woher wissen Sie meine Adresse? Vom Hotelportier, ein ganz gemeiner Mensch. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie spionieren mir nach, im Auftrage meines Mannes. Madame, Sie wissen nicht, wie Sie sich irren. Sie irren sich, mein Herr. Es ist ein reiner Zufall, dass ich neben Herrn Weigand gewohnt habe. Ich kenne diesen Herrn überhaupt nicht. Merkwürdig. Warum hat er denn Ihr Zimmer bestellt? Das Zimmer, Herr Weigand? Sicher für jemand anderen? Hm, das wäre ja möglich. Für eine Dame mit so enthaltenem Fuß zum Beispiel. Gestatten Sie? Das wäre allerdings unerhört. Dann müssen Sie schon Herrn Weigand selber. Dann fängt man los. Dann fängt der Ärger mit dem Püppchen wieder an. Es gibt noch immer wieder Härger mit den Süßen. Wer das nicht einsieht, der ist taub und farbenblind. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Süßen. Besonders dann, wenn diese Süßen sauer sind. Und darum ist die Überlegen zu begrüßen, dass man auf alles Weibliche verzichten kann. Doch ist man eine Lust, dann rat man bloß. Wann fängt der Ärger mit den Süßen wieder an? Wann fängt der Ärger, wann fängt der Ärger, wann fängt der Ärger mit den Damen, mit den Bienen, mit den Süßen, endlich wieder an! Wann fängt der Ärger mit den Süßen? Wann fängt der Ärger? Vielen Dank. Was denn... Ich habe so gehofft, dass du ein Gentleman bist. Ich habe dich doch lieb. So lieb habe ich dich. Und deshalb gleich nur Monte Carlo, blauer Himmel. Die Schnecken waren gut. Liebst du Arsch? Die Pantoffel gehört aus der zweiten. Ah, leider, der Pantoffel gehört einem Engel, der fortgeflogen ist. Die permette? Nein, nein, die behalte ich als Andenken. Statt einem Flügel. Der Engel wird ihn aber vermissen. Ich werde ihn zurückbringen. Zurückbringen? Sie wissen, wo der Engel wohnt? Nebenan, Monsieur. Dann bitte zweimal ein Frühstück. Mein Engel, bist du da? Na endlich, da sind sie. Ich wollte nur noch fragen, was Sie zum Frühstück wollen. Kaffee, Tee oder... Oh, warum? Oh, Hilfe! Gerne, aber ich kann nicht helfen. Schauen Sie mich nicht an. Nein, 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 ich habe nichts gesehen. Aber ich bedaufe es sehr. Gehen Sie doch endlich. Noch eine Frage. Sie wohnen hier oder Sie baden hier? Das ist mein Zimmer und ich bitte Sie dringend, es zu verlassen. Mal bitte. Ich werde mich nicht schnell zurückziehen. Seine Majestät beschwert sich, weil die Staatsfahne verhöhnt wurde. Wir werden die Sache selbstverständlich weiterleiten. Sagen Sie, ist die junge Dame zufällig schon aufbetaucht? Nummer 15? Ja. Auf dem Zimmer bereits. Auf dem Zimmer. Seine Majestät sagt, dass die Dame den usambarischen Staatslöben direkt auf dem Dings da trug. Wo bitte? Auf dem Rücken. Aber ganz unten. Wir werden den Rücken selbstverständlich weiterleiten. Kaffee, Herr Vorkommer. Kaffee, Herr Vorkommer. Kaffee, Herr Vorkommer. Kaffee, wer ist für Glück, dass Sie eine Gemeinheit begeben? Ausgeschlossen, Monsieur. Warum handelt es sich? Lassen Sie mich einen Blick in Ihrem Gästebruch werfen. Das ist keine Gemeinheit, Monsieur. Das ist eine Indiskretion. Kaffee, bitte. Seine Majestät besteht darauf, die Dame persönlich zur Rechenschaft zu ziehen. Wir werden es ansuchen und weiterleiten. Kaffee, Herr Vorkommer. Kaffee, Herr Kaffee, Kaffee, Herr Vorkommer. Kaffee, Herr Vorkommer. Kaffee, Herr Vorkommer. Kaffee, Herr Vorkommer. Herr Vorkommer. Grüezi. Ich weiß schon, aber ich habe jetzt leider keine Zeit zum Spucken. Das ist auch nicht notwendig. Ich gehe nicht mehr ins Casino. Ich gehe zum Bahnhof. Spielen Sie jetzt dort? Nein, ich reise ab. Wieso, Sie wollten noch länger bleiben? Das ist leider nicht möglich. Heute Nacht habe ich alle Fränkli verspielt. Vielleicht wechseln Sie mal das System. Nein, nein, das System ist gut. Ich will Ihnen auch nicht nahe treten, aber so schlecht wie Sie hat noch keiner gespuckt. Grüezi mit Namen. Wer ist da? Ich bin's, Niki. Komm mal rauf. Schöner als sie jemals war. Denn ich weiß genau, dieses Sonnentag wird für uns der Schönste auf Erden werden. Sande Melodie, Sande Melodie, immer wieder wünsche ich mir die Sande Melodie mit dir. Das war wunderschön. Aber das Schönste kommt ja erst. Und schlafen. Gute Nacht. Nein, ich meine, wir könnten nämlich... Ja, telefonieren miteinander. Ich rufe dich noch an, wenn ich mich vorher einschlafe. Bitte. Möchte ich nicht länger. Lässt dich fahren. Gute Nacht. Jetzt kommt jemand. Götzler? Hallo, hallo. Zimmer Nummer 14. Gute Nacht, Herr Weigern. Excusi, können Sie mir eine Gefahr erweisen? Ja. Wollen Sie mir auf diese 100 Frenkli spucken? Ja, gerne. Aber warum? Ja, das gehört nämlich zu meinem Roulette-System. Das Anspucken von 100 Frenkli. Ja, wissen Sie, der berühmte Aga Khan hat doch damit ein Vermögen gewonnen. Ja, bitte, wenn Sie glauben. Merci viel. Aber wieso wissen Sie das mit dem Aga Khan? Wer hat ihn denn gesehen? Ja, gesehen hat das niemand. Aber ein Systemspieler, der ist über alles informiert. Merci vielmals. Schlafen Sie wohl miteinander? Das ist leicht gesagt. Wubo, vielleicht tun wir ihm Unrecht. Vielleicht ist er gar nicht so, wie wir dachten. Nein, er ist kein Wüstling. Er ist ein Gentleman. Geraldine, Liebling. Oh, du bist doch kein Gentleman. Wieso? Wie kommst du überhaupt hier herein? Ja, mein Badezimmer grenzt an dein Badezimmer. Und da wollte ich dich fragen, ob du nicht ein bisschen Rasiercreme hast. Nein, ich habe Schlaf. Hast du kein bisschen Schlaf? Gegenteil. Ich habe das Bedürfnis, mich anzulängern. Na, geistig meine ich natürlich. Geraldine, Monte Carlo. Seit drei Wochen suche ich dich und endlich habe ich dich erwischt. Ja, erwischt. Was sind das für Ausdrücke? Du, wenn ich hier draufkomme, dass du mich betrügst, dann kriegst du noch ganz andere Ausdrücke zu hören. Aber die Luquine ist ja doch vernünftig. Das Leben geht doch weiter. Ja. Besonders deins. Warum hast du mir so einen Bären aufgebunden? Was für einen Bären denn? den du mir geschenkt hast. Talisman deiner Mutti. Schatz, du glaubst etwas ganz Falsches von mir. Niki, sie ist da. Wer? Oh, Patero, ich wusste nicht, dass du jemand zum Vorsingen hast. So do de mi fa so la si do de mi. Lina, nicht es ist. Eine komplette junge Dame. Na ja. Ich habe es ja geahnt. Ein armes Kind. Wieso arm? Na, jetzt in deinem Leben die Schwierigkeiten beginnen. Schwierigkeiten mit wem? Mit den Männern. Oder hast du schon welche? Männer oder Schwierigkeiten? Wer das eine hat, hat unweigerlich auch das andere, mein Kind. Tante Clara, ich glaube, es gibt auch Ausnahmen. Ausnahmen? Ich kenne keine. Nimm zum Beispiel den Kompagnon von deinem Onkel Victor. Was ist mit ihm? Schatzi, ich rufe dich sofort an, wenn ich wieder zurück bin aus Monte Carlo. Warum nimmst du mich nicht mit? Schau, das geht doch nicht jedes Mal. Jedes Mal, wenn er nach Monte Carlo fährt, nimmt ein anderes Frauenzimmer mit. Nein. Und was macht er mit Ihnen? Ich meine, was macht er denn immer so in Monte Carlo? Ach, es handelt sich um eine Steuerangelegenheit. Deshalb muss alle vier Wochen einer von den beiden dort sein. Und warum fährt er nicht Onkel Victor? Ja, das könnte ihm so passen. Ach, Tante Clara, vielleicht tust du Niki ohne Recht. Vielleicht fährt er doch allein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du alleine fährst. Aber ich schwöre es dir. Beim, beim Leben dieses Teddybären. Du willst mich ja nur loswerden. Loswerden. Und die Locate, da, da, da irrst du dich bestimmt. Ich irre mich bestimmt nicht. Woher weißt du das so genau? Erstens habe ich Augen und zweitens habe ich Ohren. Wieso Ohren? Ich habe ein System entdeckt, wie man hier mithören kann, wenn im Büro telefoniert wird. Madame, ich freue mich, dass uns das Schicksal wieder zusammenführt. Hallo, Niki. Oh, du hast Besuch. Nicht mehr lange, wir gehen. Komm, Jan. Ja, aber ich. Guten Abend. Bitte dann. Was willst du hier? Oh, du hast doch gesagt, wenn du zurück bist. Raus. Raus. Auf Victor. Raus. Ja, ja, bitte. Was hat er denn? Genug, genug, mehr als genug. Anscheinend weiß der junge Mann nicht ihre bezaubernden Reize zu würdigen. Ja, und diese jungen Männer von heute. Warum halten Sie sich nicht an reifere, seriöse Persönlichkeiten? Sie haben übrigens eine sehr interessante Stimme. Ich würde mit Ihnen gerne einmal über eine Langspielplatte betrautern. Ich habe meine Augen. Niki. Was denn noch? Mein, mein Kleid, bitte. Guten Morgen, Bauerchen. Guten Morgen, Herr Direktor. Wo sind die Flugkarten? Hier, Herr Direktor. Aha. Für Sie und für Fräulein Lam... Psst. Tag, Victor. Tag, Niki. Niki, ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. So. Ja, ich fliege nach Monte Carlo. Ach, ja, nachdem du nichts ausgerichtet hast, ich nehme an, dass es dir recht ist, wenn ich mich um die Sache kümmere. Natürlich, und was sagt deine Frau dazu? Nichts, sie weiß ja noch nichts davon. Eben drum. Ja, ich glaube, sie ist verrückt geworden, seit Geraldine fort ist. Was, Geraldine ist fort? Ja, ja, mit diesem Herr Stanitzki abgereist. Bartwitzki mit P. Ja, so, seit sie mit diesem P. abgereist ist. Also, das hat deine Frau erlaubt. Nicht erlaubt, sie hat sie förmlich dazu gezwungen. Das ist unmoralisch, das... Na, ich sag dir doch, sie ist verrückt geworden. Hallo? Ja, Melditz. Ja, ich bin's. Frau Bauer, bitte holen Sie mir ein Glas Wasser und lassen Sie es lang... Ab drinnen, ich weiß. Nein, Sie fliegen mit einer späteren Maschine. Oh je, und ich hatte mich schon so gefreut, Sie beim Fliegen näher kennenzulernen. Oh, das können wir doch abends nachholen. Sie warten ganz einfach auf mich in Ihrem Zimmer. Fein. Und Sie glauben wirklich, eine Platte mit mir herausbringen zu können? Das besprechen wir dann in Monte Carlo. Sie sind ein Schatz. Ich könnte Sie küssen. Auf dieses Angebot werden wir noch zurückkommen. Also, Ihre Flugkarte ist in meinem Büro bei Fräulein Bauer. Bis dahin. Ja? Victor, wie lange wirst du bleiben? Wo? In Monte Carlo. Ja, was? Wieso? Victor, du musst jetzt nach Monte Carlo fahren. Nachdem Niki alles so schmählich im... Fräulein Bauer, ist mein Mann schon weg? Der Herr Direktor, bitte zum Flughafen Fräulein Geraldine abholen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und was ist das? Die Flugscheine. Ich wollte sagen, der Flugschein für Herrn Direktor Weigand, bitte. Monte Carlo. So, so. Der Flugschein für unseren lieben Niki. Hier. Hoffentlich verfehlt er Sie nicht. Wer bitte? Wen bitte? Mein Mann. Meine Nichte. Wieso bitte? Er kennt doch das gnädige Fräulein. Im Alter von Geraldine kann man sich im Laufe eines halben Jahres sehr verändern. Also, ich habe mich nicht verändert. Leider. Wer will sie nicht. Wo weiß ich Sie nicht. O, Sie sind so? Wer ist sie nicht. Gerardin, das ist jetzt das zweite Mal. Liebe, das erlauben Sie sich, das ist meine Tochter. Ich dachte, das wäre Ihre Schwester. Hallo, mein Bauer, bitte fragen Sie, meine Frau... Aha, ja, Klara, Klara, Liebling, hast du mich nicht zufällig zum falschen Flughafen geschickt? Äh, nein, hier ist weit und breit nichts zu sehen, was an ein weibliches Wesen erinnert. Nein, das Kind ist mit dieser Maschine nicht angekommen. Ja, in diesem Falle komme ich nicht nach Hause zum Essen. Nicht zum Essen? Ja, warum nicht? Oh, ich bin zum Vorsehen hergestellt. Von wem sind Sie hergestellt? Vom Niki, ich meine von Herrn Weigand. Aha. Viktor, warum kommst du nicht... ... 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 Noch, noch ein anderes. Jawohl, Nummer 15 für Madame van Dyson. Das bin ich. Ach so, pardon. Der Schlüssel ist oben. Danke. Nicht zu dir. Ich glaube dir. Aber schade. Was? Dass das Badewasser gleich ins Zimmer fließen wird. Mach doch auf. Du hast mich vorhin nicht ausreden lassen. Ich glaube dir. Kein Wort. Na, gewonnen? Leider nicht. Ich hole mir nur neue 100 Freikrieg. Niki, Niki, was willst du? Dich überzeugen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Würden Sie so freundlich sie noch einmal zu spucken? Ja, mit Vergnügen. Merci. Ihnen auch viel Glück. Geh ich. Kann's brauchen. Niki, wenn du dich unterstehst! Dann werde ich dir verraten, dass ich mich unterstehe. Wenn du versuchst, da reinzukommen, springe ich vom Balkon. Nein, mein Lieber. Da hast du dich umsonst eingestrengt. Ich bin stark. Ich bin stark. Das ist wichtig. Die Bienen sind eben Bienensinn. Und weil wir so eine Behandlung nicht verdienen, stellen wir fest, dass man auf euch verzichten kann. Doch ist man eine Los, dann fragt man bloß, wann fängt der Ärger mit den Bienen wieder an? Für die rote Mabel hatte ich ein Fäbel, denn so treu wie die war, konnte keine sein. Sie hat mich ungelogen, einmal nur betrogen, und zwar mit der Fußballmannschaft von Gesangsverein. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Püppchen. Bereits, wann man mit ihnen spielt als kleines Kind. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Püppchen, besonders, weil die schönen Püppchen teuer sind. Nun wählen wir als Pioniere hier ein Trüppchen, das endlich feststellt, dass man drauf verzichten kann. Doch ist man eine Los, dann denkt man bloß, wann fängt der Ärger mit den Püppchen wieder an? Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Süßen. Wer das nicht einsieht, der ist taub und farbenblind. Es gibt doch immer wieder Ärger mit den Süßen, besonders dann, wenn diese Süßen sauer sind. Und darum ist die Überlegen zu begrüßen, dass man auf alles Weibliche verzichten kann. Doch ist man eine Los, dann wartet man bloß. Wann fängt der Ärger mit den Süßen wieder an? Wann fängt der Ärger? Wann fängt der Ärger? Wann fängt der Ärger? Mit den Damen, mit den Bienen, mit den Süßen. Endlich wieder an! Wann fängt der Ärger mit den Süßen. Niki, wenn du dich unterstehst! Dann werde ich dir verraten, dass ich mich unterstehe. Wenn du versuchst, da reinzukommen, springe ich vom Balkon. Oh nein, mein Lieber. Da hast du dich umsonst angestrengt. Ich bin sehr dankbar. Musik Oh, mein Schatz, da bin ich. Géraldine, Géraldine, bist du verrückt geworden? Oh, 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 pardon. Da ist sie auch nicht. Sie, Sie, unverschämter Mensch, ich werde mich bei der Direktion über Sie beschweren, was ist denn toll? So. Guten Abend, Pierre, wie geht's? Danke, Monsieur Schwedritski, es könnte besser gehen. Für mich. Was? Monte Carlo? Warum sagen Sie das nicht gleich? Das ist Duval, der französische Verleger in Monte Carlo. Monte Carlo, das auch noch. Monsieur Duval, kommt Montalemus mitten in der Nacht? Was? Morgen Vormittag? Niki, wach auf, wir müssen morgen Vormittag in Monte Carlo sein. Ausgerechnet jetzt. Musst du weg? Ja. Aber ich schreib' dir. Bitte. Du kommst ja wieder. In einem halben Jahr. Ja. Ja, ich verstehe. Dann fallen wir steuermäßig noch dieses Jahr. Monsieur Duval, wir werden zur Stelle sein. Alle beide. Jawohl, auch mein Kompagnon. Ich verstehe, wegen der Unterschriften, persönlich. Jawohl, jawohl, verlässlich. Warum machst du denn kein Licht? Zum Telefonieren sehe ich genug. Ja. Au revoir, Monsieur Duval. Niki, du, du schläfst wie ein totes Pferd. Niki. Er ist verschwunden. Verschwunden? Ich weiß auch wohin. Niki ist mein Kompagnon, über jeden Zweifel erhaben. Bitte denk daran. Ja, ich denk ja die ganze Zeit daran. Das ist aber nett, die Frau, dass Sie an mich denken. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit früh geträumt. Wenn ich dir nicht tagtäglich schreibe, fühle ich mich krank. Kleiner Wubusack hab ich sie denn alle noch im Schrank. Seit vielen Wochen schreibe ich den gleichen Liebesbrief an dich. drin steht mein sehr geehrter Herr, ich liebe sie so sehr und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Und wenn ich Sehnsucht hab nach dir, dann kommt ein kleiner Brief von mir. drin steht mein sehr geehrter Herr, sie fehlen mir so sehr und jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Sag wann wird die Wartezeit zu Ende gehen, weil ich mich nach deinen Küssen sehn, die in allen deinen... Ich meine, wenn Onkel Viktor hinunterkommt, dann... Danke, danke, bemühe dich nicht. Warum nicht? Weil ich auf keinen Fall mit dir nach Monte Carlo fliege. Na siehst du, jetzt bist du doch glücklich, dass du mitgekommen bist. Ich bin gar nicht glücklich. Warum? Ich hab Bauchweh. Bekommst du das Fliegen nicht? Nein, lächerlich. Mein moralisches Bauchweh. Ach, was wegen Onkel Viktor. Nein, wegen von der Klara. Im Gegensatz zu anderen bin ich nämlich ein Mensch, der nicht gerne lügt. Aber sonst lässt dich dein Vater doch auch hinfahren, wo du willst. Ja, aber die Armen bilden sich ein. Ich sitze in St. Wolfgang bei meiner schwedischen Freundin. Und in Wirklichkeit sitzt du hier bei mir. Ja. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Zuckerl, bitte schön. Elisabeth von Dyson? Ja. Das ist ja gar nicht meine Karte. Nein, nein. Die wurde ja zurückgegeben. Daher hab ich ja auch den Platz für dich bekommen. Ich verstehe. Wenn diese Dame geflogen wäre... Das wäre furchtbar. Meine Damen und Herren, wir bitten sich anzuschnallen und das Rauchen einzustellen. Die Maschine setzt zur Landung in Nizza an. Ladies and Gentlemen, we are about to land at me. Oh, fein, wir sind da. So, eigentlich müsste ich dieser Elisabeth von Dyson ja dankbar sein. Wieso? Natürlich. Ohne sie hätte ich nie das Glück gehabt, dich begleiten zu dürfen. Ach ja. Neue Gutes für euchikisch nicht von mir. Wie und lasse metros angre difficultet sind. Ja in Gaub cœur, finde ich, dass unsere Wirkunker alt bedeutet. Pflege, nah klar! Wieso ist das Schirm auf der Luft für dich? Was le ich, Herr? Ja. Wieso? two! Wieso, Anthony! Komm kam? Weis thank you, sie natten und Duakensch noch jetzt! SPANNEL SPANNEL Danke, M. Padicki. Wir sind mit einem Begriff. Wir sind wieder ein Ander. Keine Bemerkungen. Allee. Das ist wieder der Verrückte. Was denn? Nicht beschützen Sie mich. Madame, Sie haben die Fahne von Usambara entgeheert. Noch ein Wahnsinn, ihr. Was hat sie? Grüezi miteinander. Madame, Sie haben die Fahne von Usambara aus Kleidungsstück benutzt. Mit dem Staatslöwen auf dem unteren Rücken. Ich habe nie einen Löwen hier unten, also das ist... Wollen Sie vielleicht behaupten, dass seine Majestät lügt? Excusi, aber das mit dem Löwen da hier, das ist eine andere Dame. Eine andere Dame? Ja natürlich, die heute Morgen hier hereingekommen ist. Die hier hereingegangen ist? Mit einer Fahne? Von wo? Das kann ich leider nicht sagen. Natürlich, Sie haben das doch eben behauptet. Aber hier, die ist hereingekommen? Nö, von wo sag ich? Ja, von hier. Von hier. Morgen. 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 Warum so finster, mein Freund? Du wirst mir nicht glauben, was mir passiert ist. Und mir erst. Mir ist ein Engel zugeflogen, direkt ins Zimmer. Ja, und mir einer davon geflogen, direkt zum Frühstück. Ich gehe Geschichten, die nicht zum Glauben sind. Ja, die erzählt mir nicht. Nein. Ich begreife überhaupt nichts mehr. Irgendetwas stimmt doch dann nicht. Niki, ich bin eine anständige Frau. Trotzdem fliege ich. Fliegen. Fliegen. Das ist die große Attikette. Ja, fliege sofort zurück. Aber Niki, wir... Sehr liebenswürdig, aber das Früchtstück wird leider verschoben. Oh, warum? Ich kann nie mehr frühstücken, solange ich die Besitzerin von den kleinen Bären nicht gefunden habe. Von diesem kleinen Pantoffel. Sag einmal, Geraldine. Wo ist denn dein zweiter Pantoffel? Schläfst du noch? Ja. Bist beinah so witzig wie dein Onkel. Was ist denn los mit dir? Ich denke nach. Aha. Du hast bereits ernstliche Schwierigkeiten. Wieso sollte ich? Dein Liebeskind. Ohne zwingende Gründe denkt ein junges Mädchen in deinem Alter nicht nach. Tante Clara, warum heiratet man? Da musst du jemanden fragen, der nicht verheiratet ist. Warum? Ja, wenn nur Unverheiratete heiraten wollen. Was ist in St. Wolfgang passiert? In St. Wolfgang gar nichts. Das gibt's nicht. Du bist überraschend früh zurückgekommen, du hast deinen Pantoffel vergessen, du denkst nach, warum man heiratet. Wen hast du in St. Wolfgang getroffen? Ich gebe dir mein Ehrenwort, ich habe niemanden in St. Wolfgang getroffen. So. Geraldine, Sie wissen, dass jetzt die andere Seite von unserem Vertrag kommen sollte. Die Probe. Ja. Aber wenn du nicht willst, musst du nicht probieren. Oh ja, doch, ich will. Wahrscheinlich, weil du damit rechnest, dass ich ein Gentleman bin. Du bist doch einer. Nicht im Augenblick. Alles hat seine Grenzen. Entschuldige. Ja. Jetzt? Es ist nicht sehr günstig. Ich bin nämlich beschäftigt. Die ganze Nacht, oh ja. Ja. Also gut, aber nur zehn Minuten, ja? In der Halle. Eine Freundin höchst so nötig, muss runter. Aber nur für zehn Minuten? Ja. In zehn Minuten bin ich wieder da. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ja. Nein. Zehn Minuten hat er gesagt. Bis gleich. Musik Musik